Wer bei Teams hier auf Kalender klickt, der sieht möglicherweise eine Reihe von alten Terminen, das sind so Videokonferenz-Terminen aus der Pandemie, die blockieren alles, die müssen gelöscht werden, also auf diesen Termin draufklicken, dann erscheint das Fenster, da hier auf Bearbeiten klicken, dann klappt hier was auf und wir wollen die ganze Serie bearbeiten, sämtliche Dienstagstermine sollen gelöscht werden, sind ja vom alten Jahr und die brauchen wir nicht mehr. Dann hier auf Besprechung absagen und als nächstes die ganze Serie absagen, man muss ziemlich oft absagen klicken, dass man Microsoft zu verstehen gibt, wir wollen es wirklich absagen und dann ist es leer und wir können das neue Schuljahr mit neuen Kalender starten.